Im Kalibrierlabor kommt es auf den reibungslosen Ablauf komplexer Prozesse an. Wareneingang, Kalibrierplanung, Dokumentenmanagement, Meldungsverwaltung, Statuskontrolle – all diese Abläufe wollen fachgerecht und dabei doch möglichst unkompliziert koordiniert werden. Hier ist ein Kundenmanagementsystem gefragt, das Ihnen die Geräteverwaltung genial einfach macht, der Komplexität der Aufgaben im Kalibrierlabor aber dennoch gewachsen ist. Wir stellen vor CalServer Labormanagement, die webbasierte Business-Software für Ihr Messmittelmanagement. CalServer bietet eine All-in-One-Plattform für messtechnische Labore und die Geräteverwaltung. Es beinhaltet flexible Inventar-, Kalibrier- und Reparaturverwaltung. Mit Look & Feel einer Tabellenbearbeitung, variable, flexible Spaltenwahl, automatische Abruflisten per E-Mail. Automatischer Dokumentenzuordnung, Statuskontrolle mit automatischen Aufgaben, Änderungen komplett nachverfolgbar, mehrere Kunden per Nutzer verwalten, komplette Auftragsverwaltung, Ticketverwaltung mit eingebauter Risikobewertung und vieles mehr wie Verleihverwaltung auch von Gerätesets, integrierte Aufgabenverwaltung, Handbücher in integriertem Wiki, Fluke mit KAL-Integration. KAL-Server startet mit anpassbaren Übersichten und den wichtigsten Informationen immer sichtbar in der Titelleiste. Der Sport können geteilt werden, eigene Statistikfilter erstellen, Titelleiste für schnelle Übersicht. Der KAL-Integration-Server ist ein komplettes Cloud-System, das auf die Bedürfnisse eines modernen Laborbetriebs angepasst worden ist und leicht auch im eigenen Netzwerk betrieben werden kann. Mit anpassendem Design auf jedem Gerät lauffähig. Die flexible Lösung für Ihre KAL-Integration-Verwaltung. Rufen Sie uns an!